Hallo, ich bin Maylin, Gründerin von MyPianoLine, der Klavierschule für hirngerechtes Lernen und leichtes Lernen am Klavier. War es vielleicht auch schon immer dein Wunsch und dein Traum, einmal Klavier zu spielen? Und hast du vielleicht sogar einmal schon mal probiert, ein paar YouTube-Videos dir angeschaut und versucht, Stücke dir zu erarbeiten und Ton für Ton abzuspielen? Und hast vielleicht das nach kurzer Zeit wieder vergessen oder ich fand das ist ein ziemlich mühsamer Prozess? Wenn es dir auch schon so ging, dann habe ich genau das Richtige für dich, denn ich möchte dich befähigen, wirklich Klavier zu spielen. Das bedeutet, dass du Stücke mit Noten erlernen kannst und zwar nicht so, wie man das sonst kennt, dass du erst wissen musst, wie der Ton heißt und ihn dann irgendwo auf dem Klavier dann finden musst, weil so ist es ein echt, wirklich kann es ein mühsamer Prozess sein in den meisten Fällen. Der Kurs beinhaltet Rhythmus. Wie denke ich den Rhythmus, den ich in den Noten sehe und vor allem, wie setze ich ihn mit Leichtigkeit spielerisch um? Dann, wie lerne ich die Noten, die Tonhöhe so zu gruppieren, dass eben diese einfachen Bilder dadurch entstehen, die ich dann mit einfachen Stempeln, Handbildern kombiniere. Denn wir beginnen gleich mit Akkorden zu spielen und nicht Ton für Ton und aber uns mühsam vor. Dann als nächstes lernst du, wie du dich mit voller Leichtigkeit und Mührlosigkeit auf der Tastenlandschaft orientierst. Du lernst dann diese zwei Elemente, dieses Notenbild, das wir als Landkarte erleben, als räumliche Landkarte, lernst du mit diesem Raum, dem Tastenraum zu verbinden, sodass die Umsetzung schnell geht. Deshalb ist die Sprache, die durchweg im Kurs benutzt wird, auch total bildhaft und kindlich gehalten. Aus dem einen Grund, dass einfach die Befehlskette im Kopf so schnell und leicht wie möglich funktioniert. Und was du am Ende dieser Volume 1 bis 3 spielen können wirst, wenn du dich wirklich an das hältst, was ich dir in diesem Kurs vermitteln möchte. Das klingt zum Beispiel so. Ich zeige dir, wie du mit Bildern, wie du mit Strukturen Noten in Bilder umwandelst. Aufgrund der Hirnforschung wissen wir, dass wir einfach mit beiden Gehirnhälften, mit der rechten Gehirnhälfte, die fantasievoll und emotional denkt und der linken Gehirnhälfte, die analytisch und strukturiert denkt, wenn wir, dass wir mit beiden Gehirnhälften einfach viele schnellere Fortschritte erzielen als nur mit einer. Das heißt nur reines Auswendiglernen oder nur reines Abschauen. Dafür habe ich diesen Online- Videokurs für dich zusammengestellt. Ich habe die Klavierschule geschrieben Erstschritte am Klavier. Sie besteht aus drei Heften, Volume 1 bis 3. Zu diesen habe ich über 130 Videos für dich aufgenommen, sodass du mit dieser Klavierschule zu Hause parallel zu den Videos lernen kannst und erfährst, was ich mir für Gedanken gemacht habe und wie ich dir gerne das Klavierspielen und das Notenlesen aber auf eine ganz andere Weise näher bringen möchte. Und so sieht es dann aus, wenn du den Kurs gekauft hast. Hier siehst du den Überblick, das Intro, erste Schritte, Volume 1, 2 und 3 und den Bonus, wie Tobias Müller von Einstein, der Sinne aus dem Schweizer Fernsehen innerhalb von einem Tag ein Stück erlernt hat. Jetzt gehen wir gerade mal hinein in erste Schritte, Volume 1 und schauen uns das mal an. Schau, da siehst du alle Videos, die dazugehören. Erstmal die Kategorien, die Klavierpfoten, der Schneemann im Gartenzaun, das ist der Anfang und nun die Unterkategorie. So, jetzt siehst du hier die ganzen Videos, die darunter zu finden sind und wir schauen uns einmal die Tastenfamilien an. So sieht es dann aus. Hier hast du das Video, da klickst du drauf. Hier kannst du gleich zum nächsten oder zum letzten gehen direkt. Oh, jetzt bin ich gleich gegangen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Die Tastenfamilien und hier siehst du auch, dass du unter den Videos deine Kommentare hinterlassen kannst. Hier wurde schon ein Kommentar hinterlassen und auch deine Fragen, die kannst du uns natürlich auch direkt hier reinschreiben und wir werden die dann auch beantworten. Also so, dass du dich immer unterstützt fühlst und nicht alleine gelassen wirst. Wir schauen zu dir. Du bekommst diese Videos über 130 an der Zahl zusammen mit den physischen Büchern, Volume 1 bis 3 von Erste Schritte am Klavier und den E-Books zusammen. Du hast die Möglichkeit, solltest du mit dem Kurs nicht zufrieden sein und sollte deine Erwartungen nicht erfüllen, bekommst du innerhalb von 30 Tagen dein Geld zurück. Bis auf die Bücher, die du im Wert von 70 Franken behalten kannst. Und nun freue ich mich total, wenn du dich für diesen Kurs entscheidest und mir dein Feedback gibst, wie du vorankommst. Denn ich habe wahnsinnig Freude, diese Methode und diese Art zu denken, das Klavierspielen ganz neu zu erleben, in die Welt zu tragen und freue mich sehr, wenn du da mit dabei bist. Bis bald, deine Maylin. Bis bald, deine Maylin.